Im Sommer kam das Nordlicht zurück aus dem Süden. Fabian Rehse, Deutscher A-Jugendmeister mit Schalke 2015. In den ersten beiden Bundesliga-Begegnungen wurde er jeweils eingewechselt und sammelte so wichtige Erfahrungen für einen jungen Spieler auf dem Platz. Ja klar, es tut mir sehr gut und macht mir riesen Spaß. Die Anfangsphase der Saison hat auch gezeigt, der Trainer gibt mir die Chancen, vertraut mir und das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Was Fabian aus Karlsruhe mitgebracht hat und wo er seine Position sieht, das verrät er im Interview auf Schalke TV. Für Mitglieder und Abonnenten frei empfangbar. Ich nehme zu Ende, das eine victory, die wir in der Fluss. Für die Fluss. Wir haben dann wieder da und wir haben viele Dinge im Hintergrund gesungen, die wir in der Fluss.